Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch wohl in den jahrelangen Menüen anderer, die Sache einfrieren zu lassen bzw. sie zu sabotieren. Der heute 52-jährige Maschinenbauer Friedrich Lühling aus Schleswig-Holstein schuf bereits 1954 die Voraussetzungen für den Dauermagnetmotor. Inzwischen glaubt er seine Erfindung so weit vervollkommene zu haben, dass es ihm an der Zeit erscheint, den neuen Motor in der Ufa-Wochenschau zum ersten Mal vorzustellen. Es ist mir entgegen aller herkömmlichen Kenntnisse über den Dauermagneten schon 1954 gelungen, Dauermagneten zu neutralisieren. Der rotierende Anker wird von dem Magnetsystem angezogen bis kurz vor dem Punkt, wo er ihn festhalten will. Im selben Augenblick setzt die Neutralisierung der Magneten ein, sodass der Anker ohne jegliche Rückzugskraft, ohne jeglichen Restmagnetismus sich herausdreht. Dieses Neutralisieren geschieht bei dem laufenden Versuchsmotor bei 290 Umdrehungen 580 Mal in der Minute. Ein Magnetmotor kann mit einem Satz Magneten ohne Unterbrechung 10 bis 20 Jahre laufen. Die Möglichkeit der Ausnutzung eines Magnetmotors liegt auf allen Gebieten, nicht zuletzt auch als Autoantrieb, ohne lästiges Motorengeräusch und gesundheitsschädigende Auspuffgase. Und noch in diesem Jahre soll diese Versuchsmaschine einen Pkw antreiben. Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch wohl in dem jahrelangen Bemühen anderer, die Sache einfrieren zu lassen bzw. sie zu sabotieren. Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch wohl in dem jahrelangen Bemühen anderer, die Sache einfrieren zu lassen bzw. sie zu sabotieren. Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch wohl in dem jahrelangen Bemühen. Der Wert dieser Erfindung zeigt sich auch in der Höhe von 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 der Höhe Untertitelung im Auftrag des ZDF, Wachstabler Böden Sommer macht das Glück. Können Sie wieder ausschöpfen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020